Wir sind alle sehr sensibilisiert, spätestens nach Frankfurt und wollen unter allen Umständen und wirklich auch mit einer Willensleistung, die nötig ist und die wir auch einfordern werden, wir wollen unbedingt punkten und zwar dreifach. Es ist sehr unangenehm gegen die Kölner zu spielen, weil sie auch so selbstbewusst und so in sich ruhend, finde ich, auftreten. Für die gesamte Zeit ist es immer unangenehm in Köln zu spielen, es ist ein sehr atmosphärisches Stadion, sehr dicht und sehr emotional und deshalb ist es auf jeden Fall die Aufgabe, diese Stimmung auch anzunehmen und dagegen auch anzukämpfen, wirklich anzukämpfen, dass sie nicht übermächtig wird.